Mein Name ist Nicola Neider Ammann, ich bin Theologin, arbeite bei der katholischen Kirche in der Stadt Ruzern und leite dort den Bereich Migration und Integration. In dieser Funktion bin ich Teil von dem OK, unserer Aktion beim Namen nennen, in der Peterskapelle, wo wir jetzt 24 Stunden die Namen der fast 40.000 Verstorbenen auf der Flucht nach Europa verlegen und gleichzeitig auf weiße Stoffstreifen schreiben und auch Briefe an den Bundesrat richten, für jeden Verstorbenen einen Brief, indem wir den Bundesrat auffordern, alles Mögliche zu tun, damit die Menschen, die jetzt noch an den Außengrenzen von Romas total überflügelte Flüchtlingscamps ausharren, zu evakuieren und ihnen in der Schweiz ein faires Asylverfahren zu ermöglichen.